Wie war es möglich, im Treblinka, im Spitzentag, 18.000 Leute zu behandeln, zum Lipotiven? Herr Lanzmann, das ist zu hoch gegriffen. Glauben Sie mir das. Wie viel? 12.000 bis 15.000. Aber da wurde auch die halbe Nacht dazu genommen, nicht wahr? Die Transporte kamen oft schon um 6 Uhr früh. Ja, immer um 6 Uhr früh. Nicht immer, manches Mal. Die Transporte kamen nicht bündlich.